Hallo, ich war gerade im Rossmann. Die Tüte ist zwar von dm, aber ich war gerade im Rossmann einkaufen und guck nicht so. Und ich hab euch gefragt gehabt, ob ihr dazu ein Haul-Video haben wollt. Das haben ja auch viele gefragt, die anderen, du hast doch in letzter Zeit bestimmt einkaufen, kannst du nicht das zeigen? Könnte ich schon, das Problem ist. Ich hab keine Ahnung, was das alles ist und wo es ist und mein Gedächtnis ist wie ein Sieb. Also eigentlich müsste sie das heute auspacken, weil der Hauptteil geht um sie, mehr oder weniger. Gell, Pumi? Du rolliges kleines Ding, du. Ja! Ja! Fangen wir mit der ersten Tüte an. Es hat nicht wirklich was mit Beauty zu tun, aber egal. Und bevor ihr fragt, ich hab mich jetzt schon mal bereit gemacht, bevor ihr fragt, was ich auf den Lippen trage, das ist eine Astor's Lip Butter in der Farbe 015 Cheeky Sherry. Das ist dieser Ton hier. Falls ihr fragt. Und diesen Schal, ich weiß nicht, wie der rüberkommt. Der ist das eigentlich neonrot. Der kommt da jetzt irgendwie laut Kamera so komisch orange rüber. Ich hab keine Ahnung. Das ist so ein Loopschal von Gina Trikot. Den gab es mal vor zwei Jahren. Der ist auch nicht mehr aktuell. Nur, falls ihr es jetzt fragen wollt, könnt ihr euch sparen. Gell, Pumi? Ja! Ah, sie sagt ja. Das erste, was ich hier habe, ist von Winston. Das ist die Rossmann Eigenmarke. Knusperzauber ohne Zuckerzusatz. Keine Leckerchen für mich, sondern Leckerchen für die Miezen. Ja, gucke mal her. Mietzis, komm mal her. Ja, was hat die Mama da für euch? Ja, guck mal her. Ja, warte mal. Komm, wir wissen. Ja, gucke mal. Was hab ich denn hier? Ja, was hab ich denn hier? Ja, gucke mal. Ist das nicht schön? Guck, Katz bedient sich gleich selber. Warum auch hier in die Hand geben oder so, wenn man es auch so fressen kann, oder? Ja! Mietz, willst du auch mal gucken? Dickes, komm mal her. Ja, komm mal her, Dickes, komm mal her. Guck mal. Ui, ja, was ist denn das? Ja, was ist denn das? Ja, siehste, gar keine Chance. In dem Moment, wo zwei kleine Rabauken kommen, hast du in dem Moment verloren. Scheint denen also zu schmecken. Ich hol das so ab und zu. Viele sagen, man soll ja diese Scheiße aus dem Rossmann und DM. So, jetzt kriegst du noch zwei und dann ist aber gut, ne? Man soll das ja gar nicht so kaufen. Ich schwenke euch gleich wieder nach oben. Aber, ähm, Moment. So, jetzt kommt die erstmal wieder nach oben. Ja, was habe ich jetzt hier angerichtet? Viele sagen, schön gemacht. Viele sagen, man soll das gar nicht aus dem, das Futter aus der Druckerie kaufen, weil da so viele Zuckersachen drin sind und es generell, die Katzen nur noch verfettet und all sowas, das Problem ist. Ich habe es jetzt auch schon mal mit teurem Futter probiert, das rühne ich nicht an. Gar nicht. Und auch nicht, wenn, also die würden, die beiden, das sind wirklich zwei Hardcore, äh, Dinger, die sterben lieber, bevor sie ein anderes Futter anrühren. Und deswegen kriegen sie von mir eben momentan immer nur Felix, Kette, Kat, ab und zu Viskas, Trockenfutter und, ja, so süß, also so Leckerchen, das fressen sie eigentlich von überall her. Ich finde das gut mit der Dose hier, wobei das Atari nicht davon abhalten würde, es zu öffnen. Gell? Das würde dich nicht davon abhalten. Atari können sich auch eine Woche lang selber versorgen. Da bin ich fest davon überzeugt. Guck mal, Miezen, was ich noch gekauft habe. Das ist denen ihr Lieblings-Trockenfutter von Purina One für erwachsene Miezen, reich an Huhn und Vollkorngetreide. Sie essen einfach nichts anderes. Also, ich kann auch nicht wochenlang zusehen, wie die nichts fressen oder sowas, dann weiß ich nicht. Die Dicke ist nicht dick, die ist einfach nur kräftig gebaut, schon seit Jahren. Und die Kleider, die wird eh nie zunehmen. Also, denen geht's gut. Denen geht's echt gut. Die kriegen auch zwischendrin gebratenes oder gekochtes Fleisch. Also, so ungesund sind sie jetzt alles, ja. Fisch, da fängt's schon an. Wenn ich das jetzt so stehen lassen würde, würde Atari in ein paar Minuten das ganze Ding hier kaputt machen. Machen wir lieber schnell weiter. Dann habe ich wieder gekauft. Das ist doch ein Produkt, was ich sehr oft kaufe. Von Domol, das Hygienespray. Damit putze ich persönlich ganz liebend gerne Türklinken ab, wenn wir hier verschnupft sind. Oder hört ihr auf. Oder das Klo mache ich sehr gerne damit sauber. Dann die Oberfläche. Ich weiß ja nicht, wie penibel ihr da seid. Aber aufgrund, das ich ja in einem medizinischen Beruf gelernt habe, ist Hygiene bei mir, wenn es um Fleischsachen geht in der Küche, so ein Ekelfaktor geworden. Es gibt ja ganz viele Muttis da draußen, bestimmt so, die waschen das Fleisch und dann legen die das auf so einen Zehwer ab und dann wischen die mit einem nassen Lappen da drüber. Das ist für mich aber nicht sauber. Das muss desinfiziert werden, mindestens damit. Und ich finde das ziemlich gut. Das ist auch nicht so, meiner Meinung nach, aggressiv. Und auch, also wir haben, ich habe ja hier Fliesen überall in der Wohnung. Selbst wenn die Gott so immer daneben macht, du lässt das jetzt zu. Und ich da wische, dann gehe ich da auch nochmal drüber und wische trotzdem nochmal drüber, damit die natürlich da nichts aufschlecken oder so. Aber ich habe das Gefühl, das macht es wirklich gut. Kostet 1,61 Euro irgendwie sowas. Ich finde es bisher immer gut. Dann, was habe ich hier nur angestellt? Habe ich gekauft, meine Biomüllbeutel. Kennt ihr Biomüllbeutel? Sandra, was willst du mit Biomüllbeutel? Will ich euch mal sagen. Wir haben ja hier in Mannheim eine Biotonne. Ne? Eine Biotonne. So. Und da darfst du auch du Bio-Zeugs reinschmeißen. Könntest du das jetzt mal lassen? Und das Problem ist einfach, wie will ich das hier in der Wohnung halten? Und ich habe so ein Eimerchen und wenn ich das da alles reinschmeiße, dann kriege ich jedes Kotzen jedes Mal nach ein paar Tagen, weil das anfängt zu müffeln ohne Ende. Und das hier sind kompostierbare organische Müllbeutel. Das heißt, die könnt ihr den ganzen Abfall da reinmachen und auch so in die Biotonne reinschmeißen. Da passiert gar nichts. Ich kann ja mal... Kann ich das jetzt so aufmachen? Ja. Warte mal. Da kommt nämlich... Die sind so... Ach, jetzt habe ich es kaputt gemacht. Ich bin auch so ein Idiot. Jetzt ist eh... Ach, was soll's? Jetzt ist eh vorbei. Also das sind solche grünen Teile hier. Die sind auch reißfest. Da passiert auch nichts und dann kann man das da schön reinfüllen und dann in die Tonne schmeißen. Ich finde das wesentlich hygienischer, auch zu Hause, als jedes Mal einen kompletten Müllbeutel dann da irgendwie auch sauber machen zu müssen. Das ist mir ziemlich unangenehm. Und bevor du mich jetzt nicht gleich in Ruhe machst, ich habe es ja jetzt schon bereut, packe ich das jetzt wieder ein. So. Und das auch. Und das auch. Nichts. Ups. Es tut mir leid für dieses chaotische Video. So. Ich habe es ja selber gemacht. So. Und dann war ich... Naja, es hat ein bisschen was mit Beauty zu tun und ich gebe es zu, ich habe das auch nur gesehen, weil es so hübsch geglitzert hat. Und gebt zu, ihr würdet da auch hinrennen, wenn es so schön glitzern würde. Es gibt was Neues von Gliscour, das nennt sich Hair Repair mit flüssigen Haarbauschen, bla bla. Million Gloss Shampoo, hochkonzentrierter Glanz und Tiefen Repair für stumpfes, glanzloses Haar. Meiner Meinung nach habe ich das ja. Im Prinzip habe ich ja momentan ein Shampoo von TG, aber ich möchte meine Haare vorher einmal, um das ganze Zeug vorher rauszuwaschen, mit einem normalen, billigen Shampoo waschen. Und das hat mich irgendwie so angelächelt, weil... Das hat so schön geglitzert. Ich bin da tatsächlich hin und habe dann so geguckt, sind da Glitzerpartikel drin? Nein, das ist nur von hinten so eine Folie. Aber ich bin ein Verpackungsopfer. Haust du da ab jetzt? Oh, jetzt hat sie mich angefaucht. Sag mir was Neues, Atari. Fauchen bringt schon lange nichts mehr, seitdem du ein Baby bist. Und dazu habe ich mir dann auch noch die Spülung geholt für zwischendrin, weil ich möchte nicht immer nur die teure Haarkurbe nutzen, weil das geht auch ins Geld. Und habe mir das jetzt einfach mitgenommen. Ich habe noch nicht mal dran geschnuppert. Oh, das riecht sehr... Das riecht komisch. Das riecht nicht sauber. Das riecht irgendwie nach... was Säuerlichem irgendwie. Also ich weiß nicht was. Naja, ich weiß es nicht. Also es riecht jetzt nicht so geil. Vielleicht die Dings hier besser. Die riecht auf jeden Fall cremig. Also riecht da auf jeden Fall mal dran. Das gibt es Neue. Und ich werde euch, wenn ihr mögt, daran berichten. Kostenfaktor hierfür, glaube ich, so um die 2 Euro oder irgendwie sowas. Ich trottel habe natürlich den Kassenbaum nicht dabei. Dann... Ich habe jetzt gerade noch ein paar Felix... Also ich persönlich, ich persönlich. Meine Katzen kriegen einmal morgens und einmal abends so ein Schälchen mit Trockenfutter. Dann haben sie ihr Wasser daneben dran stehen. Und dann kriegen die einen Beutel zusammen, morgens und einen abends. Ich habe das schon versucht, nur mit Trockenfutter. Das ist aber individuell. Denn manchmal gibt es so eine Phase, da rühren sie das überhaupt nicht an. Und dann gibt es mal eine Phase, da rühren sie dann nur das Trockenfutter nicht an. Also es ist immer unterschiedlich. Und deshalb, auf gut Deutsch, fällt das immer unter die SH-Regelung. Die SH-Regelung müsste allgeben bekannt sein. Shit happens. Das Ding ist einfach in dem Moment, ich hole es halt immer wieder. Und das Problem ist, die sind so unterschiedlich mit ihren Geschmäckern. Einmal ist es die Woche Felix, beim nächsten Mal ist es Whiskas und dann ist es wieder Kitty Cut. Und dann rühren sie es wieder nicht an. Ist ganz komisch. Diesmal habe ich Kitty Cut wieder gekauft. Auch wenn viele jetzt da draußen vor dem Bildschirm sitzen und sagen, mach das nicht. Ich kann nichts dafür, die fressen es halt. Kann nichts da machen. Ich habe schon teures Futter gekauft, das rühren sie nicht an. Das ist auch Geld, was ich weggeschmissen habe. Dann, was habe ich euch denn alles gekauft? Feine, zehn feine Würstchen mit Geflügel und Leber. Das Leber habe ich irgendwie, glaube ich, nicht gesehen. Auch von Winston. Leckerchen. Ich möchte meine Katzen... Ich bin ja fest in der Überzeugung, dass die Dicke ein Talent dafür hätte, Tricks zu erlernen. Das Ding ist, die ist so faul und so gierig nach dem Zeug, dass das schon nicht mehr funktioniert. Und dann habe ich noch so ein paar Snacks geholt für die. Das sind so Denta-Sticks mit Mineralstoffen, Vitamin A, D3 und E. Im Prinzip kann da jeglicher Bullshit draufstehen und das stimmt nicht. Ich weiß nur, meine Kleinen mögen das und wenn sie mal zum Beispiel hier im Schlafzimmer sind und ich möchte sie rausgehen und ich kriege sie nicht raus und mit Gewalt will ich sie nicht rauskriegen, dann hole ich mir einfach so ein paar Leckerchen und dann wissen sie ganz genau, sie müssen kommen und dann sperre ich sie heimlich aus und sage, ha. Das sind nicht die, aber die Art dieser Tücher sind meine Lieblingsputztücher für Küche. Also da verwende ich sie hauptsächlich oder für den Tisch abwischen. Das sind jetzt von Flink und Sauber so Schwammtücher. Die sind auch innen drin so ganz leicht feucht. Die finde ich nicht so geil wie die aus dem Aldi. Die aus dem Aldi sind besser, da ich da jetzt aber nicht war und da war, habe ich sie halt hier mitgenommen. Kosten unter einem Euro, glaube ich. Ich weiß das gar nicht. Auf jeden Fall putzen die ganz gut und mir ist das lieber wie so ein Lappen, der da vor sich hin gärt und so und ich bin auch so jemand, ich benutze das und sobald es anfängt, sich zu verfernen, schmeiße ich es weg und dann nehme ich mir ein neues. Also ich bin da irgendwie total, was Hygiene angeht, schon sehr rein. Dann, oh. Egal. Dann habe ich mir gekauft von Domol die Scheuermilch mit Citrusduft. Das ist keine Auswahl gewesen. Ich hätte auch die von FIS nehmen können. Aber irgendwie dachte ich, für Scheuermilch, die du so selten nimmst, ich weiß ich nicht, probiere es jetzt einfach mal die günstige Version davon aus. Es gibt so ein paar Stellen im Bad, weil hier in Mannheim ist das Wasser extrem kalkig und die, die in Norddeutschland wohnen, die können das sehr gut bestätigen, dass die Wasserqualität dort oben um einiges gefilterter ist als hier unten. Und wenn du da oben mal eine Woche lang bist und dir da immer die Haare wischst, dann werden deine Haare so geil weich, weil das Wasser da einfach nicht so hart ist. Und worauf will ich gerade hinaus? In meinem Badezimmer gibt es definitiv, gerade in der Dusche, weil das Wasser auf die Armatur und immer auf dieselbe Stelle runterprasselt, geht da mit normalem Reiniger, geht da irgendwie gar nichts mehr und es ist so rau. Und ich möchte jetzt mal versuchen, ob ich das damit glatter hinkriege. Da steht kraftvolle Reinigung ohne Kratzer. Macht Scheuer-Milch eigentlich Kratzer? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich meine, mir ist klar, dass ich das nicht auf Porzellan irgendwo, obwohl Porzellan anwende, aber die Badewanne hat da so eine Beschichtung. Üah! Das könntet ihr mir jetzt mal vielleicht beschreiben. Die hat 89 Cent oder so gekostet und es riecht nach Scheuer-Milch. Hast eine große Bottle und es scheint sehr flüssig zu sein hier. Also, mal gucken. Ich möchte auch ein paar Sachen einfach sehr gut flüssig... Was mache ich da eigentlich? Guck mal, Puma, ich sehe dich an und kann nicht mehr reden. Das ist... Das ist doch nicht normal. Oder? Pumi. Ja! Ja, ja, ja. Ich bin so verliebt momentan in meine kleinen, süßen... Warte, ich kratze dich. Ist das gut? Ist das gut? Besser? Na, bitteschön. Dann habe ich mich gekauft von Frosch Soda Allzweckreiniger Kraftvoll gegen Fett und Schmutz. Ich hatte das letzte Mal... Moment, das sieht so aus. Ich hatte das letzte Mal so einen Reiniger für die Küche und auch für das Bad von Mr. Muzzle. Aber irgendwie finde ich das auch einen Tick weit teuer und ich... Also, ich hatte auch schon die ganz günstigen Sachen. Die halten halt nicht so lange sauber. Das ist jetzt so eins, was so zwischendrin kostet. So zwischen einem Euro und zwei Euro. Das hat 1,85 oder so gekostet. Die Marke Frosch ist ja eigentlich auch sehr bekannt. Da steht Bio-Qualität. Das heißt, das ist jetzt wohl auch für die Umwelt nicht unbedingt schädigend. Ich habe keine Ahnung. ganz haltlich, nachhaltig. Okay. Das scheint wirklich nicht so die Umwelt zu beeinflussen. Ich habe keine Ahnung. Müsse ich mir jetzt alles durchlesen. Mache ich jetzt aber nicht. Aber es ist ein Reiniger. Warum das? Es war blau. Irgendwie ziehen mich ja bei Putzsachen auch Farben irgendwie an. Und wenn es gut riecht, ist es die halbe Miete. Und das riecht so extrem nach Meer irgendwie. Das riecht irgendwie voll nach Meer. Ich weiß auch nicht. Das wollte ich auf jeden Fall für die Küche benutzen. Ups. Oder auch mal für den Tisch oder irgendwie sowas. Das hätte ich jetzt nicht machen sollen. Auf jeden Fall möchte ich es dafür gerne benutzen und bin gespannt, wie es ist. Aber das von Mr. Muscle, das war sehr gut. Aber das gingen auch sehr schnell alle. Und mein letztes Produkt ist von Fizz Easy Clean Bad und Dusche. Weil da hatte ich schon den günstigen Reiniger, der am nächsten Tag hast du wieder Flecken. Der bringt gar nichts. Den von Mr. Muscle fand ich gut. Aber... Oh, mein Akku fand ich gut. Aber war mir auch zu teuer. Das ist auch wieder so eine Marke zwischendrin. Mein Akku ist jetzt leer. Deswegen beende ich schnell das Video. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal mit dabei. Duft war hier eigentlich auch ganz gut. Hat auch so um die 1, 2 Euro gekostet oder so. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut. Tschüss! Tschüss! Musik Untertitelung des ZDF, 2020